Hallo und herzlich willkommen, ich bin euer MrWender1974. Wir sind mal wieder in einem kleinen, netten Atari 7800 Video, und zwar Centipede. Die Version ist, ich sag mal, jetzt nicht schlecht. Die ist jetzt nicht wahnsinnig anders als die 2600er. Die ist ein bisschen grafisch schöner und ihr werdet gesehen auch ein bisschen manchmal flüssiger. Aber jetzt so nicht unbedingt das, wofür man sagen muss, boah, dafür brauch ich aber jetzt ein 7800er. Hier ist so die, boah, na Mist, habe ich mich natürlich wieder richtig klug angestellt. Es soll natürlich nicht Zielübung sein, dass der, in dem Fall 100 Füßler, weil es ist ja nur ein Centipede und kein Millipede, das Game ist übrigens vielleicht nochmal einen Tacken besser, ganz nach unten kommt. Ich weiß sowieso nicht, warum man hier unbedingt auf 100 Füßler rumhanschiert. Vielleicht Trouble in Garden, keine Ahnung. Könnt ihr mir vielleicht mal erklären, ob das irgendwie eine epische Extremgeschichte hat. Komm weg, du Spidey. Hier gibt es aber noch keine verwunschenen Pilze, wenn ich das richtig sehe. Dann meine ich nicht irgendeine blöde Mario LSD-Referenz. Es gibt also auch Pilze, die bei Berührung verdammt tödlich sind. Danke, das war Rettung letzter Not. Also die gehen danach wieder hoch. Wenn ihr die Schlange ganz unten habt, dann macht ihr wieder einen Weg nach oben. Ich weiß, jetzt gibt es irgendwelche Leute, die... Hahahaha! Ja. Schön, dass ihr noch mal bei Mami wohnt. So, komm weg, weg. Ich stelle mich aber auch richtig, richtig Käse an. Ich habe das meiste, lustigerweise, von Centipede, überraschenderweise, tatsächlich in den Arcades gespielt. Gar nicht mal auf den 2600er damals. Mittlerweile ist das ein wenig anders. Die 2600er-Version finde ich richtig klasse. Die Version, naja, die ist jetzt okay, denke ich. Aber, ähm, ich glaube nicht, dass man eine extra, äh, eine Version dafür haben musste. Aber sie haben ja... Hm, ja, jetzt. Sie haben ja viele Sachen gemacht. Da können wir aber jetzt nochmal einmal mit machen. So, einen Playthrough machen wir mal noch. Ich hoffe, hier diesmal besser. Sie haben ja auf dem 7800er ja Menge Games gemacht, die sie einfach dann, äh, remaked haben. Und, ja, das hat, glaube ich, dem 7800er nicht unbedingt geholfen. Natürlich ist Centipede ein Klassiker. Ich weiß gar nicht, ob ich euch schon eigentlich, äh, eine andere Version von Centipede gegeben habe. Ich muss mal nachgucken. Ich glaube, noch nicht. Ich glaube, die, ähm, geistert noch auf meiner Platte rum. Eine Version, wo ich bis heute frage, was hat, oder was hat der Gamer der Welt getan, dass man diese Centipede-Version spielen muss. Ist nach meiner Meinung, ähm, ja, Worst Centipede-Version ever. Und man denkt gar nicht, dass man dieses Spielkonzept auch scheiße machen kann. Man kann. Man kann. Na, er kommt weg. Was ist das da oben für ein Viech? Geh weg. Den kann man auch töten, wenn man lang nur noch drauf hält. Ich meine, hier kann man, uah, alles töten, wenn man nur lang nur noch drauf hält. Ah, da braucht man nicht mal Chuck Norris für. Das kann man auch selber. Ah, komm, weg, weg, weg. Das sieht doch ganz gut aus. Auf jeden Fall werde ich wahrscheinlich jetzt dieses Mal dann doch weiterkommen. Boah, hau ab. Das war ja eine fiese Attacke. Ne, aber ich werde mal so gucken, was man so vom 7800er euch noch so alles zeigen muss. Geil. Der Theme von Custos Revenge. Und ich erkenne ihn. Was einerseits peinlich für die Programmierer, einerseits wahrscheinlich extrem peinlich für mich ist. Aber Indian Rape Porn, da kenne ich mich aus. Äh, geh weg. Ja, duke mich auch. So, haben wir. Boah, jetzt geht's aber hier los, ey, Freunde. Da seht ihr übrigens, dass das hier natürlich auf dem 7800er natürlich flüssiger ist. Da haben wir natürlich selber einen Bärendienst gemäßt, wenn ich den Pilz weggeballert habe. Boah, ist gut hier, ey. Hängt's. Der nächste. Ja, natürlich. Du kannst dich mal kreuzweise was damit. So. Die Spinne nervt hier mit noch mehr. So. Die gehen mir echt auf den Sender hier. Weg. Ach. Ich treffe aber hier noch mal schlechter, als ich es sonst beim 2600er und auf dem Arcade tue. Vielleicht ist diese Version auch extrem hart. Und für mich viel zu hart. Bei Santipede auf dem Atari 7800. Ich hoffe, er hat eine schöne Zeit, wie wir auf 100 Füßler einfach sinnlos geballert haben. Peter wird es freuen. Ja, jetzt überlegt man, was ich nochmal für ein 7800er zeige. Vielleicht habt ihr ja noch irgendwelche Ideen, was ich zeigen muss. Dann tue ich das auch. Und ansonsten, ich bin euer MrWender1974. Wenn ihr Spaß hattet, abonnieren, kommentieren. Wir werden und sehen wir uns beim nächsten Mal wieder im Alter Frische. Und vielleicht treten wir 1000 Füßler. Vielleicht aber auch nicht. Marco. Tschüss.